Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 30. August 2022. Gestern Mittag kam es zu einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Beim Verstecken spielen wählte Oshed einen Kaffeebecher als Versteck. Er stellte fest, dass er aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Becher herauskam. Das lag an dem Eiskaffee, der sich in dem Becher befand. Oshed entging nur knapp dem Erfrieren. Glücklicherweise konnte er gerettet werden, nachdem Josie ihn entdeckt hatte. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ihr bei den Nachrichten arbeitet sicher hart, was? Man meint ihr das ernst? Ich kann's nicht glauben. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Mary Van. Der 30. August war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.